Hallo, wir befinden uns heute auf der Sommerruderbahn in Mautern, Elfenberg. Hier ist der Abenteuerwelt Mautern in der Steiermark. Hat eine Länge von 1200 Meter und hat 16 Kurven. Und die Fahrt geht gleich los. Und es geht los. Hat eine Höfstgeschwindigkeit von 45 Stuttkilometer. Kurve 1 kommt. 30, 35, Kurve 2. Kurve 3. Kurve 3. Und die fünfte Kurve. Fast die Höfstgeschwindigkeit. Kurve 6. Kurve 4. Jetzt! 40 kmh! Jetzt! Kurve 8! Kurve 9! Und wieder! Höchstgeschwindigkeit! Jetzt! Kurve 10! Kurve 11! Kurve 12! Das hat der Abfahrt! Kurve 13! Kurve 14! Kurve 15! Kurve 16! Jawohl! Und Kurve 17! Die 18. Die 19. Wir sind gleich am Ziel! Eine rasante Abfahrt! Und wir sind gleich am Ziel! Das war die Sommerrollbahn im Elfenberg! Hier in der Steiermark! Und das war's! Und das war's! Herr Geräusch! Plus where am wir die Dramatische Barsch? Das war's! Wo ist es? Von der Steiermark ist das. Schnapp! Und von der Steiermarkoise!